Daumen davon so wir sehen meine Damen und Herren es ist ganz klar zu sehen dass die Schokoladenkühe nicht hier sind das sind klassische Graufi das ist eine Schweizer Sorte da kommt Milch raus wenn man aber die Milchkühe hat das sind die mit Violettenflecken da kommt Schokolade aber ohne Nuss also Nuss muss man zugeben so das erlebt man alles bei einer Fahrradtour ja die wollen noch streiten ab nach Hause die muskulatur krass die muskulatur